5, 4, 3, 2, 1 Du hast gar nicht geklatscht, kann das sein? Ich klatsch nicht Warum? Ich klatsch nur Frau Schlag mich! PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja NUTZ NRG Kappa Für Rabatt Link in der Beschreibung Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji und willkommen hier zurück auf NoHandGaming Und heute haben wir Ja, Digga Wir haben tatsächlich eine neue Serie am Start, Freunde Wie ihr schon im Titel gesehen habt Und dazu habe ich mir heute Postio eingeladen Also, der sitzt quasi im anderen Zimmer gerade Ey, komm mal runter da drüben Hi, ich bin heute auch am Start Ich bin bereits Top Swap, Drop, Top It In Drop, Top It In Drop, Top It In Als Maul Genau, Sam Postio sagt schon Raindrop, Drop, Top, Top Swap Heißt die neue Serie hier? Der Small in der Topi in der Rob Drop, ja Erfinder von Itz Erfinder ist Itz James Ich habe den gefragt, ob ich das auch mal bringen darf Weil ich habe das gesehen Das gibt eine Anzeige! Das gibt eine Anzeige, verdammt nochmal! Das gibt eine Anzeige Checkt auf jeden Fall ihn mal aus Der Link zu ihm ist in der Beschreibung Vielen lieben Dank Und bevor ich mich jetzt hier hinsetze Und es ewig erkläre Schaut es euch einfach an, Freunde Und ihr werdet es verstehen Ich werde es an den einzelnen Punkten Die wir machen, erklären Das ist quasi eine Squab-Bilder-Serie Heute mit Torera Bei Postio haben wir den neuen Splashback Paulinho Uns herangenommen Ja Checkt es aus Der Link ist auch in der Beschreibung Genau Hast du den im Team drinnen? Ja, ja Okay, dann würde ich sagen Leute, ganz wichtig Beim neuen Format Schreibt in die Kommentare Ob ihr es geil findet Und am allerwichtigsten Ist ein Daumen nach oben Denn so Pushen wir das Ganze Dann sehen wir, ob es euch gefällt Und das ist gut für den Algorithmus Und ich kann mir heute Abend Einen runterholen Es wird zensiert Weil wir sind freundlich Christlicher Kanal So sieht es aus, Freunde Also, Spieler ist im Team Ja Und jetzt gehen wir auf die Packs Und öffnen Zwei Packs jeweils, Freunde Und von diesen zwei Packs Willen wir uns einen Spieler raussuchen Den wir mit ins Team einbauen Okay, let's go Erstes Pack Man darf sich einen quasi davon aussuchen Man muss jetzt nicht im Vorhinein sagen Wen man nimmt Sondern einfach Darf dann sagen Okay, ich baue den mit ein Schlitz Kein Walkout Brasil MS Ach, das kann ich Bobbi sagen Oh, Lukas Das ist sogar ein Link Ich glaube Oh ja, das könnte geil sein Das könnte geil sein Ja, das könnte geil sein Ja, meiner ist auch geil Very geil Das könnte tatsächlich gut sein Wen hast du? Murilo Oh, ja Mübel Ja, also Lukas Murat Der Rest Also, es kann ja einfach Einen aus dem Pack sein Oder der, der angezeigt wird Es kann einfach Einen aus dem Pack sein Genau Okay Soweit ich weiß Wenn es falsch ist Und jemand von euch die Serie guckt Korrigiert mich gerne Ich habe mir viele Folgen davon angeguckt Und habe es versucht So gut wie möglich zu verstehen Zweites Pack Nr. 2 Let's go Abfahrt 45k Ist sogar gut, dass Probepacks da sind Das ist nice Komm schon Schlitzel in Oh ja Komm schon Walkout, Walkout Walkout Brasil schon wieder Z Digga, meiner geht zweimal nicht raus Walkie, Lakadokie Aber Thiago Silva So, jetzt haben wir beide die Spieler drin Ich habe mich für Lukas entschieden Ich habe mich für Upamecano Okay, jetzt machen wir Random Formation Mit der noch gespielt wird Das finde ich Das wäre so nicht sehr geil Das gab es früher bei Squad Player Battle Ja auch Das haben wir rausgenommen Weil es immer so blöd war Mit dem Team bauen Aber hier gibt es jetzt wieder Eine Random Formation Das heißt Formation Drückt drauf Ja Und dann scrollst du in eine Richtung Ich gucke auch weg Und sage Stopp Okay Scrollst du? Ja Stopp Jo Shit, man Nehme ich mit? 5, 4, 1 4, 3, 3 Die dritte Oh Fuck Wir bauen jetzt Ein Team Freunde Wir bauen jetzt einfach Erstmal ein Team Irgendwie random Hier zusammen Hauptsache die Chemie-Parsamente Und dann seht ihr weiter Was passiert Zwei Stunden später So, unsere Teams stehen Ihr seht jetzt beide Unsere Teams Es gibt gar keine Voraussetzungen Äh Einzige Voraussetzung Ist 100 Chemie Also jeder Spieler Auch voller Chemie Die beiden Spieler Mit eingebaut Die wir gesagt haben Haben wir beide auch Und dann wird jetzt Auf 4, 4, 2 Zurückgestellt Von der Formation Freunde Und jetzt Kommt der Knackpunkt Der ganzen Serie So Jetzt werden wir Unsere Spieler durchmischen Wie beim Discarten Auf irgendwelche Positionen Und danach Wird Topswaps gespielt Also Wir machen das jetzt quasi So wie bei Diesen Sammelkarten Die es früher gab Trumpfkarten Oder sowas Ich werde Bostio Jetzt sagen Um welchen Stat we spielen Dann sagt er bei mir Um eine Position Auf welchen Spieler Von mir ausgewählt wird Und dann sag ich Bei ihm auch eine Position Ja Welche Karte quasi Um die gespielt wird Und der der den Besseren hat Der darf seinen behalten Bei dem anderen geht's weg Und Bronze Wer als erstes dem anderen Drei Bronze gedrückt hat Hat gewonnen Und dann geht's ins Spiel Wird Discarded Okay Wir machen Den Stat Füßes Digga Okay Dann Nehme ich Bei dir Deinen Achso Und der Torwart ist gesaved Übrigens Freunde Weil Das ist unser Starspieler Okay Linksverteidiger Okay Füße Stat Ja Dann nehmen wir bei dir Den Wir nehmen mal den Rechten Mittelfeldspieler Ich habe 80 Physik Ich habe 61 Yes Steven Gerard Baby Er bleibt Wer geht Philippe Andersson Okay Nice Das ist gut Okay Dann sagst du jetzt Ein Stat an Ähm Pace Okay Pace 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 Ja Gehen wir einfach bei dir Lm Okay Ah scheiße Das ist irre Für die Bahn Vielleicht hast du jetzt den anderen da Ähm Und dann nehmen wir bei dir St Links oder rechts Rechts Pace Pace Haben wir gesagt Ja Oh Wie viel hast du Du sagst zuerst 92 Ich habe auch 92 Hakimi Boah Lukas Ah jetzt habe ich noch wieder den Spieler gesagt Oh Shit man Ja gut Dann ist es ein Draw Quasi ne Also Gibt keinen Punkt Kommen wir weiter Dann bin ich wieder dran Dann gehen wir jetzt Äh Auf den Dann gehen wir jetzt Auf den Wert Auf den Auf den Auf den Wir gehen auf den Passwert Digga Okay Dein Linker Innenverteidiger Linker Innenverteidiger Okay Bei dir auch Bei dir auch Linker Innenverteidiger Okay Ich habe 70 Pass Ja 75 Pass Weg mit dem Shit 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 Schade Okay Ich stehe es 1-1 1-1 1-1 Okay Wir gehen Mit dem Def Wert Okay Dann nehmen wir Bei dir den Rechtsverteidiger Okay Dann nehmen wir Bei dir Auch den Rechtsverteidiger Okay 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 Was hast du 79 83 Let's go 2-1 Baby Come on Come on Baby Das heißt der darf jetzt auch weg Ne Der darf auch weg Alter Hals Oh ich hoffe ich treffe noch irgendwo wo dein Torwart steht Dass der Dass dein Bronzentorwart drin steht Oh Okay Komm schon Baby Ich brauche jetzt was Ich brauche jetzt was Ich Sage wir nehmen den Wir nehmen Wir nehmen Nochmal den Pace Wert Okay Sag eine Position an Wir nehmen bei dir den LV Wir nehmen bei dir den rechten Innenverteidiger Okay Okay 92 Leck mich doch am Arsch Was hast du 72 Woo 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 Yes Ich hab nur eine Bronzenkarte Baby Ich hab drei Oh shit Dann werde ich jetzt mein Team kaufen Freunde Bosschen wird seins fertig stellen Und darf drei Bronzenkarten jeweils dahin stellen Wo der Spieler fehlt Der raus ist Geile Serie oder Freunde Schreibt es jetzt mal in die Kommentare Bevor wir ins Spiel reingehen Und dann sehen wir uns wenn die Team steht So viel später Dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde Und man einen neuen anstellen musste Die Teams stehen I'm sorry for Fünferkette But I have to Ähm Mhm Ich würde sagen Boss du und deins auch Du hast drei Bossspieler Ich hab einen Das gefällt mir schon mal sehr gut Ja Ja mega Dann lade ich dich Jetzt Ein mein Freund Los Jetzt Okay let's go Woo Rein in die Olga Meine Freunde Let's go Okay Fünferkette ist für mich auch was Neues Aber äh Für mich auch Könnte ja Könnte ja was Nice sein Vor allem Steven Gerard ist für mich auch was Neues Ich hab auf Reddit gesehen Im FIFA Thread Dass der angeblich gut sein soll Ach das ist mir ein grosses Mal Gefacht Dass ich Dass du bei Pace Den richtigen Spieler anvisiert Haa Ein grosses Mal Stevie Stevie What Haben die Kopfbälle gepatcht Digga Hihihihi Lol Steven Fonking Gerard Mit der Benji Flanke Ich glaub das ist mein erstes Flankenkaufballtor Dieses FIFA gewesen Bostia Boah Dein erster Angriff In dem Spiel Ja Fitzpatrick Fitzpatrick Fitz Stevie 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 Ist echt Danke an den Redditor Der das geschrieben hat This guy is actually Not that bad as I thought Darauf erstmal Mein Wasser ist schon wieder leer Oh leh Das ist wie beim Freistoß Dass der da Äh Wenn man den rechten Stick bewegt Dass der da einmal den Freistoß ausführt Das hatte ich auch schon Oh stark Digga Digga hast du einen schweren Finger Digga Ich schwör ich drück ganz normal Kreis man Das kann doch nicht sein Wo schießt der hin Das war aber Das war Ich glaub du hast es bei dem Freistoß Als wenn du den Badbreist Nein Digga ich hab ganz normal Kreis gedrückt Der schießt dir die ganze Zeit drüber Was ist das Digga Wollen die mich verarschen Also Niklas Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht Denn du hast den Ball Und gehst plötzlich weg Junge Was sollen das denn Und setz dich ins Mittelfeld ab Um die Kopfballduelle zu gewinnen Ich dachte ich komm nicht durch die Verteidigung Aber ich komm aber die treffen Das scheiß Tor Geht doch Halleluja 45. Mann Ja komm Maul jetzt Davor war es ein Bug Dass du überhaupt durchgekommen bist Ja und die anderen zwei Male davor Schießt dir die Wallachie Das ist schon gedrückt einfach Ja genau Wo spielst du Gabriel Ressus Achso im Sturm Und im ZUM Ja okay Nein Ich mach mit dem Torwart Okay Nein Ich mach mit dem Torwart Nein Mit Lörres Please no Mach keinen Scheiß Digga Mach keinen Scheiß Alter Das Spiel ist so schlecht Ich hab mich mit der Mauer gesprungen Ich krieg den Ball einfach nicht raus Kein Chunks Kein Chong Den auch nicht Das ist so unverdient Das ist so unverdient Alter Das ist unglaublich Ist das unverdient Digga aber Digga ist es halt nur hinten drin gewesen Digga Das ist unglaublich Fünferkette Beste Männer Beste Doch in der Nacht Ich weiß auch Dass es unverdient ist 3-1 Das macht Kein Ja Baby Ich hab nen Discard Ja Das ist sehr unverdient Unglaublich Dass du 4-1 gewinnst Digga Ich schieß nur auf dein verschissenes Tor Digga Und du kommst 3 mal durch Alter Das ist so unverdient Ohne Witz 4-1 Das sind die Bronzekarten Das sind halt die Bronzekarten Digga Ja aber trotzdem Digga Das kann ja nicht sein Du schieß nur auf dein Tor Klar aber hinten Bronzeverteidiger und so Aber trotzdem Hast du umgestellt Ja Okay Ich hab auch umgestellt Ich hab 3 Mhm 3 Und du hast einen Willst du beginnen Oder soll ich Nee ich beginne erstmal Dann Okay Ich beginne erstmal Okay Äh 4-3-3 Ich hätte gerne Deinen Linken Innenverteidiger Dann nehm ich noch Deinen Linken ZM Und Deinen Rechtsverteidiger Linker Innenverteidiger Ja Der Bronze Innenverteidiger Du hast nicht umgestellt Linker ZDM Den hab ich umgestellt Mein Bronze Rechtsverteidiger Halsmaul Und der Rechtsverteidiger Ich wusste gar nicht Das war der Der Irgendwie Keine Ahnung Versucht hat Irgendjemanden Im Publikum Zu treffen Lukas Mura Oh mein Gott So Das geht Und jetzt wird Ja und jetzt Oh Mann Nein 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 Wie war deine Formation nochmal 5-4-1 Steven Gerard Hat wo gespielt Ich sag jetzt gar nichts mehr Wo hat der gespielt Im Mittelfeld Ich steh mir am rechten Außenverteidiger Oh mein Gott Das ist Süle Der rechter Mittelfeld ist Gerard Ich hab ihn da hingeguckt Ich hab ihn da gesehen Ganz außen Ganz weit weg Schreibt in die Kommentare Wie ihr es fandet Lasst einen Daumen nach oben Auf das Video Da wenn ihr es cool fandet Und checkt jetzt noch die Episode Bei Bossio aus Wenn ihr nicht genug guckt Von dem Format Es kommt Achso genau Es kommt bei Bossio Erst am Samstag online Also Link ist natürlich Zu seinem Kanal In der Beschreibung Und dann würde ich sagen Bin ich raus Road to eine Million Freunde Wir haben jetzt die 500.000 geknackt Also helft mir Auf diesem Weg Es sind nur noch 498.000 Lasst ein Abo da , was ein Abo da